Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um TCP Reno. So, wir haben ganz viel Power heute, haben auch ordentlich was vor und zwar das sogenannte, wie heißt es denn jetzt nochmal? Fast Recovery, Achtung, nicht Fast Retransmit, das ist ein Unterschied und zwar ein ziemlich großer. So, wir unterscheiden nämlich bei TCP Reno ein bisschen und zwar ob wir eine schwere Stausituation haben oder ob wir nur eine leichte Stausituation haben. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal ganz grob an. Ich kopiere uns einfach mal das Dingens hier. So, das ist zwar nicht gerade die hübscheste Grafik, aber eine sehr deutliche Grafik. Die haben wir uns im letzten Video angefangen anzuschauen. Ich mache gerade mal das, was wir da behandelt haben, weg. Und jetzt, was ist das CWND? Congestion Window solltet ihr langsam kennen, das ist das Staufenster. Wie viel darf ich schicken, ohne einen Stau in meinem Netz zu erzeugen? Wer sich gerade fragt, what the fuck, was machst du da gerade? Sprichst du Chinesisch oder haben wir doch noch dieselbe Muttersprache? Wahrscheinlich haben wir dieselbe Sprache, aber falls nicht, schau einfach mal in der Playlist ein bisschen weiter vorne nach, bitte. Hier ist die Zeit. Das heißt, wir schicken einfach quasi hier anfangend und gehen immer weiter nach rechts durch. Einfach so gesagt. Okay, ich werde das jetzt heute ein bisschen anders modellieren. Und zwar werden wir hier sagen, das ist eine Dateneinheit und logischerweise sind dann das hier in etwa zwei Dateneinheiten. Nur so ganz grob, damit wir das wissen können. Wir machen hier jetzt nämlich gerade einen Slow Start. Das ist, glaube ich, so doch deutlich besser. Deutlich besser zu erkennen, glaube ich, auch als wenn ich hier wieder mal mit meinen schlechten Fähigkeiten hier rummale. So, und jetzt mache ich was ganz Getrickstes, weil ich ab sofort jetzt nicht mehr ungefähr schätzen kann. So, das sind dann die acht Dateneinheiten, die wir schicken wollen. Die Breite hat übrigens nichts zu sagen. Das ist hier tatsächlich meine Unfähigkeit. Und wir landen über dem Congestion Window. Und die haben wir aber so geschickt, weil unser Congestion Window wird ja immer beim Slow Start, den wir am Anfang bei TCP Reno auch noch haben, wird immer so schön brav um eins erhöht. Sprich, exponentiell hört sich komisch an, ist tatsächlich aber wahr. Ihr könnt es gerne mal durchrechnen. Macht das mal, das ist wirklich eine super Übung. Wenn ihr auch schon wieder gerade nicht versteht, was ich hier gerade labere, dann schaut bitte in der Playlist weiter vorne nach. Ich glaube, das sage ich jetzt nicht nochmal. Das gilt für alles. Gut. Okay, was passiert jetzt? Unser Congestion Window wird angenommen, dass es hier offensichtlich kleiner ist als das, denn wir sind gerade auf die Schnauze geflogen. Und jetzt kommt hier aber die spezielle TCP Reno Technik rein. Und zwar, wir wissen, wenn duplizierte Quittungen ankommen bei uns, dann haben wir eine sogenannte leichte Stausituation, keine schwere Stausituation. Was man dann macht, ist folgendes. Wir setzen unseren Freshhold, und ich packe den jetzt tatsächlich mal hier in komischen grünen rein. Unseren Freshhold setzen wir wie bei TCP Tahoe auch genau auf die Hälfte von dem, was wir geschickt haben. Das heißt, wir halbieren ihn einfach. Also einfach durch zwei Teilen. Das ist jetzt unser Freshhold hier. Dieser SS Fresh, kann man auch anders nennen, einfach quasi die Schwelle, wo wir annehmen, dass dieses Congestion Window in etwa ist. Und ab da machen wir dann Congestion Avoidance, auch eine Technik, die wir in bisherigen Videos kennengelernt haben. Was jetzt aber noch zusätzlich passiert ist, wir fangen nicht wieder hier unten mit einer Einheit an, so wie wir das ganz brav gemacht haben. Also mit einer Einheit und Slow Start, wie wir das gemacht haben bei TCP Tahoe, sondern wir machen tatsächlich hier einfach direkt weiter und schicken die Einheiten, die nicht angekommen sind bei uns. Also die, für die wir keine Quittung bekommen haben. Sprich, wir haben einige duplizierte Quittungen bekommen, nämlich für die Dateneinheiten hier oben. Ups, so giftig grün wollte ich das nicht haben. Die Dateneinheiten hier oben haben wir duplizierte Quittungen erhalten. Das sollten ungefähr zwei sein. Und diese beiden Einheiten, die werden jetzt einfach nochmal geschickt. Und das heißt, äh, Quatsch, ich wollte es nicht kopieren, ich wollte es einfach nur verschieben. Das heißt, die schicke ich einfach tatsächlich direkt nochmal, sogenannter Fast Recovery. Ähm, jede Einheit, für die ich keine Quittung bekommen habe, schicke ich gerade nochmal. Okay. So, und wenn jetzt alles glatt läuft und ich kriege für diese Dinger hier Quittungen, also die normalen Dateneinheiten unten drunter schicke ich zusätzlich noch. Das heißt, ich nehme einfach an, ich schicke hier ganz normal nach meinem Threshold meine Dateneinheiten plus diese Daten, die, äh, nicht dupli, oder die keine Quittung bekommen haben. Die schicke ich einfach nochmal. Geht alles gut. Also machen wir hier mit dem Threshold weiter und machen hier ganz normale Congestion Avoidance. Das bedeutet, wir schicken eine Dateneinheit, äh, ja, die ist etwas breit geraten. Wir schicken danach zwei Dateneinheiten, also nicht eine Dateneinheit, sondern wir schicken Threshold, besser gesagt, plus eine Dateneinheit, Threshold plus zwei Dateneinheiten, Threshold plus drei Dateneinheiten, das wäre dann hier in etwa. Und dann sagen wir Threshold plus vier Dateneinheiten und erreichen dieses Congestion Window. Und dann haben wir noch Threshold plus fünf Dateneinheiten, denn wir kennen ja dieses Window nicht, das ist ja eigentlich im Netz drin und wir merken es einfach nur, wenn wir auf die Schnauze fallen. So, und jetzt landen wir wieder mal an der Stelle, wo eben sowas passieren könnte, dass wir duplizierte Quittungen bekommen, sprich eine Einheit ist nicht angekommen, weil sie weggeschmissen wurde. Was jetzt aber die zweite Möglichkeit ist, ist, dass wir eine schwere Stausituation haben. Eine schwere Stausituation heißt, wir bekommen ein Timeout, das heißt, wir bekommen überhaupt keine Quittung mehr, also gar keine Quittung, keine duplizierten Quittung, also nicht sowas hier, dass wir mehrmals AG 84, AG 84 bekommen, weil unsere Dateneinheit mit der Sequenz Nummer 84 eben flöten gegangen ist. Nein, wir bekommen gar keine Quittung mehr, das heißt, wir landen irgendwann mal in einem Timeout und dazu brauchen wir den Retransmission Timer, den wir in vorigen Videos berechnet haben, ich habe es doch schon wieder gesagt, sorry. Und was dann passiert ist, wir machen das, was TCP Tahoe macht, nämlich wir fangen wieder mit Slow Start an und tatsächlich ist das gar nicht mal so schlecht. Jetzt habe ich sogar farblich gekennzeichnet, welches davon der Slow Start ist und welches der, äh, die Congestion Avoidance ist. Das hier ist Congestion Avoidance in schwarz, das ist Slow Start hier in blau und hier fangen wir wieder mit Slow Start an, das heißt, wir fangen, wir setzen unsere Einheit wieder auf 1, Vorsicht, hier nicht mehr glauben, wir setzen unsere, äh, unser Congestion Window wieder auf 1 runter und machen ein Slow Start, bis wir beim Fresh Hold ankommen. Der hier muss ein bisschen tiefer gelegt werden, ähm, ich muss den ein bisschen nach hinten verschieben, so, ähm, dieses, äh, dieser hier muss etwas tiefer gelegt werden, denn es ist ja genau hier geteilt durch 2, also wir halbieren ihn wieder, ziemlich genau hier dürfte dann unser Fresh Hold liegen und was jetzt passiert ist, wir gehen bis zum Fresh Hold und danach schicken wir nur noch eine Dateneinheit mehr, dann schicken wir eine zweite Dateneinheit mehr, also quasi wieder Congestion Avoidance, so wie wir es kennen und so weiter und so fort, bis wir wieder oben an der Grenze ankommen und wieder auf die Schnauze fliegen. Jetzt sehen wir hier, dass wir schon relativ gut unser Netz eigentlich auslasten, vor allem in der Congestion Avoidance Phase, wenn wir jetzt uns bedenken, dass das Ding sich hier auch wieder langsam rantastet und hier haben wir wirklich ein schweres, äh, eine schwere Stausituation gehabt, die kommt sehr, sehr selten vor, die hier ist viel häufiger, das heißt, wir lasten unser Netz eigentlich schon mal sehr, sehr gut aus, ähm, aber immer noch nicht optimal, aber schon ziemlich viel besser. Ja, und deswegen hat es natürlich auch TCP Reno geschafft, ein bisschen besser zu sein, als TCP Tahoe, ähm, und logischerweise hat es dann das hier auch fast in die Standards, also es ist standardisiert, keine Sorge, aber man benutzt es heute trotzdem nicht mehr unbedingt, aber auf jeden Fall möchte man das hier heutzutage benutzen, ähm, als Referenzmodell sozusagen, das heißt, wenn wir Benchmarken und eine neue TCP Variante ausprobieren, wie zum Beispiel Google, die probieren ständig irgendwelche neuen TCP Varianten aus, die irgendwie noch effizienter sein könnten, ist wirklich alles noch in der Forschung, keine Sorge, ähm, und wenn die besser ist als TCP Reno, dann nimmt man die, aber ansonsten nimmt man TCP Reno. Tatsächlich ist das heute auch der Fall, wir unterscheiden quasi live, ähm, ist es besser oder ist es schlechter als TCP Reno und je nachdem schalten wir um auf meine Einheit, die ich neu entworfen habe, beziehungsweise dann TCP Reno, wenn es gerade nicht schlechter ist. Das zu erkennen ist natürlich auch nicht immer leicht, aber da gibt es so viel Gemurkse und wirklich viel Getrickse und das werden wir uns auch noch alles anschauen, ähm, wie gesagt, das hier das wichtigste Modell, was es so bei TCP gibt, natürlich immer noch keine 100% Auslastung, liegt daran, dass ich eben nicht weiß, wie viel schafft denn mein Netz gerade. Okay, das war's von meiner Seite, ich hoffe, ihr habt alles verstanden und ja, ich weiß, man braucht viel Vorwissen dabei, aber es lohnt sich. Wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao!